Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Shiburi. Das nächste Woche hier mit mir, Aurum. Macht's auf. Und wir spielen... Oh, es haben bereits schon so viele. Nehmen wir mal wieder einen Pirat. Denn Piraten sind cool, wie ich weiß. Also haben wir jetzt ziemlich viel Spaß jetzt gemacht, seit langem schon. Wo ich am Anfang damit gar nicht klar kam. Wir sind zu zweit, aber das schauen wir locker gegen all diese Sommerreihe her. Genau. Okay, wir müssen hier. So. Ja, leider schafft das eben nicht. Na, ich wurde natürlich gleich getötet. Oh, mein anderer auch. Naja. Ja. Haha. 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 Aha. Wir haben da irgendjemand getroffen. Haha. Ich glaube, den erschieße einfach. Ey. Okay. Oh Mist. Okay, der hat mich einfach getötet. Dieser Malle. Wir haben auch keinen Punkt. Minus 1 sogar, weil irgendjemand sich getötet hat. Keine Ahnung, wieso wir Minus 1 haben. Da können wir doch... Ja, wir schießen aber mal rein, locker. Oder er nicht. Aber ich nicht. Okay. Ja, ich habe doch gewechselt gehabt. Aber er hat nichts gemacht. Willst du mich verarschen? Das war ja schlecht. Wir haben noch nur Punkte oder was? Da jetzt. Wir haben doch mal Punkte bekommen. Wow. Und dann ist er auch gestorben. Ja. Wir sind gerade nicht so gut an dem, was wir tun. Das muss ich leider gestehen. Ja. Das bedeutet, was machen wir? Da ist jemand gestorben. Ich will doch lieber eine andere Waffe. Ehrlich. Das Schwert. Ich weiß nicht, wieso, aber ich komme damit nicht mehr klar mit dieser komischen Flasche. Ja, vielleicht bewege ich mich halt nicht so gut. Aha, da sind Piraten. Ich meine Samurai, ja? Okay. Okay. So. Ha, ein Hit. Okay, wir müssen mal schneller uns beeilen hier. Oh, wir sind jetzt mit Piraten. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben zwar wahrscheinlich schon längst verloren. Noch ein Hit. Hä? Ha, 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 ha. Ja, klar. WTF. Wieso? Das habe ich jetzt nicht kapiert. So schnell hintereinander kann er niemals schießen. Ich hatte gerade geschossen und tot war ich. WTF, genau. Ich verstehe das nicht. Jedenfalls habe ich schon jetzt fünfmal, bin ich gestorben. Und, na egal, wir werden weitermachen und weiter Leute töten. Weil das ist meine Berufung. Klar. B. Ja, so da. Mist, Kerl. Hat ich nicht getroffen. Ha, 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 ha. So, ein Hit. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay. Ich weiß, ob ich hierher von dir loslassen würde. Ich treffe dich noch, Mister. Ha, 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 ha. Ich fliehe dann wohl lieber mal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh ja, die können mich mal gern haben. Ich bin entkommen. Das ist eine sehr gute Sache. Können wir nachladen. Ich mache ja nicht viel, außer mal mal ein paar Treffen. So, wo sind die alle? Hier sind ein paar von uns. Hm. So, Hit. Okay. So, Hedgehot und Kill hier. Ha, 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 ha. Ja, komm doch. Ja, dann hier. Ha, tot. So. Das war gut, hä? Ha, 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 ha. Double Hedgehot. Ha, 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 ha. Das war genial. Die haben auch gut gestaltet, muss ich zugeben. Ha, ha, ha. Für meine Pistole hier, meine Waffe, kein Problem. Okay, wir sind immerhin jetzt bei sechs Punkten. So. Oh, ich habe kein Dings mehr. Ach, sad. Habe ich von hinten irgendwie angegriffen. Bitte. Der hat mich so einfach gekillt, wie das auch immer gehen soll. Na, geil. Hat er keinen Schuss mehr. Das war natürlich sehr ärgerlich. Wo ich wohl der geile Schießer bin. Oh, ja. Mein Schießeisen ist immer hart und heiß. Moment, ich bin schlecht in solchen Andeutungen, ich weiß. Jo, 54 Punkte, trotz allem gerade mal. Na ja. Jo, wir haben neun Punkte. Besser als Ritter. Gehen da. Okay, der hat mich einfach getötet. Verdammter Ninja. Wurde geninjagt quasi, hä? Na ja, das kennen sie gut, die Ninjas. Ja, ja. Egal, wie sind die da zu dritt. Oh, da sind zwei Ritter. Und ein Ninja bei denen. Also sind, na ja, keine Ahnung. Ich könnte sagen, die sind zu zweit. Okay, wir gehen mal hier weiter. Weg mit dir. Okay. Wurde getötet. Schade, aber so kann das auch mal gehen. Wurde, ja, mein Ritter, mein... LOL. Was ist das für ein Chaos-Elite? Der ist gut, hä? Und der kann vor allem sich sehr schnell bewegen. Das ist unglaublich hart. Gegen so einen zu kämpfen. Fucking Face-Hugger. Aber... So. Komm doch. Lol, doch nicht mich? Ah, alter. Das war nicht sehr schlau von ihm. Dass er direkt in mir reingerannt ist. Das habe ich ein tolles Gefühl gemacht. Oh ja, das war wirklich nicht gut. Und schlau von ihm. Hat er einen Hieb von mir kassiert. Es tut mir echt leid. Naja. Passiert nochmal. Ist er doch gestorben. Wahnsinn, ist klar. Ich bin ein bisschen gut, okay, immer schön schießen. Ah, das macht er ja auch. Ah, nicht getroffen, he? Ja. Okay, wir haben aus und uns quasi. Okay, schauen wir mal, was noch so abgeht. Okay, ist da noch jemand? Ich höre doch hier irgendwas. So, wir laufen mal hier weiter rum. Aha. Aha. So. Shit. Irgendjemand? Aha. Ah. Okay. Hat der Schüssel? Hat mich denn da abgeknallt? War das mein Piratenfreund oder was? Ja. Aha. Aha. Okay. Aha. Okay. Okay, von hinten war es so mit den Fäusten auch noch. Oh man. Aha. Und ich hab nicht gewundert, was das sein sollte. Oh ja, wir haben noch ein paar. Toll. Jo Wong. Ja. Okay, der hat sich voll gedrängelt hier. So, ein leichter Schuss. Ja, was soll man sonst noch zu sagen? Haha. 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 Wait, der Erste hat uns beide getroffen. Okay. Bin gestorben einfach mal. Ja, das hatte ich kommen sehen. Müssen. Wollte eigentlich runterspringen aber. Nein, nein. Da wurden wir ja eingekesselt. Sagt man doch so schön, oder? Überrannt. Von verschiedenen Gruppen auch noch. Ja. Okay, da verbrennen wieder ein paar. Perfekt, um hier weiter aus der Entfernung zu schießen. Haha. Okay. Haha. Okay. Killer System 1. Ah, verdammt. Frendlich frei hat mich erwischt, weil ich einen miesen Schlag gemacht habe. Haha. Aber hey, ich habe 255 Punkte. Das ist eine gute Sache. Wir haben 25 Punkte. Juhu. Wir haben damit die Spartan eingeholt. Okay. Das läuft doch. Jetzt müssen wir noch die restlichen Leute einholen. Dann klappt das alles. Hm. Ähm. Ähm. Ja. Mist, der war schon tot, glaube ich. Äh, ja. Ein Hit! Hahaha. Haha. Okay, ja. Ich weiß nicht. Ich habe es halt nicht so mit der Koordinierung meiner Angriffe. Ich bin langsam like hell. Kann man sagen. Äh, ja. Vor allem sagt man das bestimmt auf die Art. Haha. Wir töten hier mal wieder. Jo. Okay. Leider kein Hit. Haha. Das war so klar. Ich wusste noch, dass ich den Schlag hätte machen sollen. Ich habe ihn gemacht. Warum? Ich hätte noch ein bisschen... Oh, verdammt. Da schreit jemand wie am Spieß. Würde ich mal sagen. So. Ein Hit, hä? Verdammt. Wer schießt denn da auf mich? Hahaha. Haha. Okay. Das war gut von ihm. Von meinem Piratenkollegen. Der hat mich gerettet. Wird durch. Okay. Oh, oh, oh. Ich komme gerade leider nicht zum Schießen. So. Einen habe ich noch getötet. Okay. Bin gerade ziemlich am Arsch. Darum muss ich erstmal hier fliehen. Tut mir ja leid. Äh, ich habe jemanden getroffen. Geil. Oh. So. Wo ist dieser Ninja? Jetzt kann ich wieder kämpfen. So. Oh, oh, oh. Bleib in Sicherheit. Oh, oh. Schade. Ich wurde leider gekillt. Ich bin Erster mit meinen 1.25 Punkten. Sehr schön. Und wir haben 32 Punkte. Ja. Langsam kommen wir zu den Wikinger. Schließen wir auf. Ja, das ist Skill hier. Das sind die Piraten. Ja, Skill nicht unbedingt, aber. Das sind Piraten. Wir können's aber. Nur machen wir zu Hause. We sees so zu beschleunigen. Ich glaube nicht. Da haben wir uns gerade ein paar Minuspunkte beschert. Ok, ich glaube nicht so gut das, wir haben mal reingeschossen, bei denen aber, ok, sooo, Au, tot, na also, ok, das schießen wir lieber nicht, das hat er gut gemacht, oh, oh Mensch, oh, 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 sollte fliehen, ok, da konnte ich nicht viel machen, da wurde ich dann durchgekillt von einem Samurai Club sogar, der nur noch 4 Punkte braucht, ok, leider kommen wir nicht mehr so weit, schade, schade, aber ich bin hier erster platziert in hoher Gruppierung, und das freut mich dann doch irgendwie, ich habe ziemlich viele Leute getötet, elf, aber bin 17 mal gestorben, nein! Oh, was ist das für ein schlechter Kampf, haha, so dumm also, das war der dürfte Kampf, den ich erlebt habe, haha, what a fight, ich schwöre, das war kein Fight, das war ein dummer Kampf, also, darf ich mal, dummer Tanz, ich wollte testen, ob ich, aha, ihr dumm, haben wir mal was anderes, lass die standing, dafür wollte ich aber auch mal, ok, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Turn, bis dahin, alles Gute, viel Spaß und tschau! do Bis zum nächsten Mal.